Als ich in die Wohnung kam, war jemand zu Hause. Es ist jetzt 16 Jahre her. Ich habe meinen Mann seitdem nie wieder gesehen. Das hat kein Sinn. Sie ist weg. Vor sechs Monaten sind sie mit einem kleinen vietnamesischen Mädchen nach Deutschland eingereist. Sie ist weggelaufen. Warum wollen Sie denn nicht, dass wir sie finden? Wie alt ist sie denn? Sieben, sieben, acht Jahre alt. Sie wollen 20.000 für das Mädchen. So viel haben wir jetzt nicht. Dein Mann ist an dem Tag, an dem er verschwunden ist, zu mir gekommen. Er ist zu dir gekommen? Ja! Irgendwas ist zwischen dir und Shangira passiert. Was ist passiert? Ich wollte entweder die Ware oder das Geld. Was soll ich dir sagen, hä? Was soll ich machen? Eltern finden. Bist du sicher, dass du alles, was in deiner Macht steht, in der Tat hast? Ich werde jetzt nichts mehr dazu sagen, Frau Kommissarin. Ich werde jetzt überhaupt nichts mehr sagen. Ich werde jetzt nicht mehr sagen.